Musik Hallo Freunde, tja, dass Dubai nicht nur ein sehr sandiger Ort ist, an dem die reichsten Öl-Scheichs überhaupt irgendwelche Plastikpaläste aus dem Sand stampfen, um die Touristen dieser Welt anzulocken, sondern vor allem kulturell so dermaßen nichts mit unserem schönen Zentraleuropa zu tun hat, das muss jetzt schmerzlichst eine 29-jährige Studentin aus Wien feststellen. Diese wurde in Dubai von einem jemenitischen Emirati vergewaltigt und nachdem sie sich befreien konnte, hat sie natürlich die Polizei alarmiert. So weit, so gut, denkste. Nicht nur, dass der Beschuldigte natürlich alles abgestritten hat, die junge Frau saß daraufhin auch erstmal wegen vorehrlichem Sex und Alkoholkonsum im Knast. What the fuck? Könnte man sich jetzt denken, geht aber noch besser. Es wird ihr nun geraten, den Mann zu heiraten. Ja, korrekt, ihren Vergewaltiger zu heiraten. Um selbst einer Gefängnisstrafe aufgrund der Verstöße, die sie begangen hat, aus dem Wege zu gehen. Mir ist schon klar, dass das alles, was mit kulturellen Begebenheiten und Religion zu tun hat, dennoch. Die junge Frau ist immer noch vor Ort. Ihr wurde sogar der Reisepass abgenommen, damit sie das Land nicht verlassen kann. Und die österreichischen und dubai-ianischen Botschaften sind im Clinch miteinander, um das jetzt irgendwie zu lösen. Ganz ehrlich, Freunde, die Menschenwürde steht über alle. Und meiner Meinung nach steht die Menschenwürde auch über allen Religionen dieser Welt. Für mich persönlich ist es daher vollkommen egal, wenn der Typ sie vergewaltigt hat. Nur weil das seiner Meinung nach okay ist oder Frauen in seiner Kultur einfach nichts zu sagen haben. Sorry, aber holt die junge Frau da raus. Eure Meinung zu dem Thema? Mit wem sollte da wie vorgegangen werden? Darf Religion in so einem entscheidenden Prozess überhaupt eine Rolle spielen? Boah, harte Frage, aber streitet euch doch gerne mal in den Comments. Ich bin extrem gespannt. Yay, weil ich ja nicht zuletzt bekannt bin für total pietätlose und unzusammenhängende Zusammenhänge. Überleitungen, wollte ich sagen. Gnach. Bleiben wir beim Thema Sex with Glance für die Google Glasses. Sex with Glance ist eine App, die es den Google Glasses Trägern ermöglicht, während des Geschlechtaktes aus der Perspektive des Partners zu gucken. Du siehst quasi beim Sex dich selbst. Nee. Wenn ich in meinen über 20 Jahren Lebenserfahrung irgendwas gelernt habe, dann, dass ich meinen Sex nicht unbedingt Männer sehen will. Auch nicht mich selbst. Abgesehen davon also, dass diese App völlig absurd ist, ist sie auch noch kompatibel mit deinem Smartphone. Na klar, was sonst? Der Hersteller verspricht, dass alles sechs Stunden lang gespeichert wird und wenn du es dann nicht manuell für immer speicherst, ist es für immer gelöscht. Für immer. Ich habe mal 2013 noch nicht gelernt, dass das totaler Schwachsinn ist mit dieser Privatsphäre. Von digitalisierten Daten, meine ich. Im Ernst, wer tut sowas? Wer benutzt sowas? Und was haltet ihr davon? Eure Meinung dazu? In die Kommentare. Und noch eine desaströse Nachricht. Mann, hey. Ich glaube, ich mache am Donnerstag mal so ein Best of Heroes of the Month oder was weiß ich. In good old California, the sunshine state, schlechthin, wie man so schön sagt, da gehen viele Leute gerne abzappeln und Party machen. Dabei fließt Alkohol, Drogen werden konsumiert, habe ich mal gehört. Und wenn sich so eine Situation mal richtig schön hochgeschaukelt hat, dann dauert es manchmal nicht lange und die Scheiße ist richtig schön am Abgehen. Das ist aber was? Wie Extremsituationen allerdings eskalieren können, zeigt der Fall der 23-jährigen Kim Pham. Diese wartete zusammen mit unüberschaubar vielen anderen Menschen in einer Schlange vor einem Club, geriet dann allerdings in eine Gruppe, die gerade dabei war, ein cooles Gruppenselfie zu machen. Yeah, Gruppenselfie, wuhu, guck mal, äh, da seid ihr. Das ist quasi die, die größte Gruppe auf einem Foto ever. Versteht ihr das? Weil wegen über 1,4 Millionen Menschen und... Ja, sorry, ich wollte halt lustig sein, passt eigentlich auch überhaupt nicht zum Thema, entschuldigung. Tja, da Kim nun mal direkt in die Gruppe stieß, als dieser halt mit dem Foto beschäftigt war und sich die Leute darüber aufregten, begann die Gruppe, bestehend aus zwei Männern und drei Frauen, auf sie einzuprügeln. Nicht nur irgendwie aus dem Bild zu schubsen, wie das Besoffene gerne mal irgendwie machen, sondern tatsächlich auf sie einzuprügeln, als sie am Boden lag, auf sie einzutreten. Solange bis Menschen energisch dazwischen gegangen sind, die Gruppe gesprengt haben, Kim ins Krankenhaus transportiert werden konnte und dort konnten die Ärzte nichts mehr tun, außer Kims Hirntod aufgrund von stumpfer Gewalteinwirkung festzustellen. Ganz ehrlich, was ist mit manchen Leuten los? Vier der fünf Täter werden noch gesucht, eine weibliche Person konnte zum Glück schon festgenommen werden und wer mit fünf Leuten so scheiße feige ist, auf jemanden am Boden liegenden einzutreten, der ist auch so feige, dass er seine vier Kumpels verrät. Das hoffe ich zumindest. Kim Farms Familie selbst ist wahnsinnig religiös und reagiert überraschend. Sie sagen, Gott hatte einen größeren Plan mit ihr, denn Kim hatte einen Organspenderausweis, der es jetzt fünf Menschen ermöglicht hat, weiterzuleben. So kann man das auch sehen, wenn es gut fürs Karma ist. Bitteschön. Zum Schluss noch was, was ich so ein bisschen witzig finde, ehrlich gesagt. Und wo wir gerade bei Karma waren, passt das noch umso besser. Am Wochenende war mal wieder eine päpstliche Messe in Rom. Kommt da öfter vor. Zum Ende dieser Messe hin hat der Papst mit zwei ausgewählten Kindern zwei Friedenstauben in die Menge gleiten lassen wollen. Das Karma allerdings hat sich so gedacht, ey Vendetta, die Kirche hat so viel mit Frieden am Hut wie, das weiß ich, Kim Jong-Un oder Hitler. Oh, Kirchen-Hitler-Vergleiche, der kriegt er wieder auf den Sack. Diese päpstlichen Friedenstauben wurden nämlich instant zerpflückt. Von einem schwarzen Raben und einer Möwe, okay, die ist nicht wahnsinnig symbolisch, aber von einem schwarzen Raben. Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist echt ziemlich witzig. Okay, die armen, armen Tauben, ihr habt recht, aber denen geht es bestimmt gut, denen geht es super, ich bin mir sicher. Die haben ein bisschen eine Dresche gekriegt, aber denen geht es super. Dennoch, von der Symbolik her finde ich, Kirche, Friedenstauben, schwarzer Raben, blablabla, habe mich selten so gelacht wie bei dieser Meldung. Und damit, euch noch viel Spaß heute. Es schneit so viel und ich muss gleich raus. Hallo, ihr schönen Menschen, die euch gerade ihrsig sein, die Endcard am angucken tun. Was? Wenn euch Video hat, gerne fallen, du mache einen Daumen hoch, zwei Daumen hoch oder du gebe eine große Zäh, ist auch kein Problem. Ich für meinen Teil haue jetzt erstmal rein. Ich freue mich auf Donnerstag, da sehen wir uns wieder. Jetzt gibt es die 76 mit Hühnefly und Nudeln. Tschüss. Oh, und dann alle, die immer direkt rumheulen. Akzente und Dialekte nachmachen ist kein Rassismus. Meine Fresse. Tschüss.